Leon de Winter, der Schmetterlingsfänger Vor 15 Jahren, als ich gerade mein erstes Buch veröffentlicht hatte, wollte ich nach Odessa in die Stadt des von mir bewunderten Isaac Babel. Meine Reise sollte mich über Frankfurt, Wien und Bukarest in den rumänischen Küstenort Constanta bringen, von wo aus ich versuchen wollte, per Schiff nach Odessa zu gelangen. Von den vielen Unbilden so einer Reise per Anhalter schützten die Kleider in meinem Rucksack Babels Briefe, Tschechows die Braut, Tolstois Kindheit, Knabenjahre, Jugendzeit und Puschkins die Hauptmannstochter. Am ersten Tag kam ich in drei Etappen bis zum Frankfurter Flughafen, der drauf und dran war, in einem Sintflutartigen Wolkenbruch zu ertrinken. Ich verbrachte die Nacht in einem Sessel in einer der großen, lauten Hallen und erhielt erst am Morgen die nächste Mitfahrgelegenheit von einem Schweizer, Er musste nach Bern und ich stieg dankbar ein, obwohl ich damit von meiner Idealroute abwich. Aber meine langen Haare, die geflickten Jeans und die verschlissenen Turnschuhe machten mich nicht gerade zu einem begehrten Mitfahrer. Mit Hilfe des Schweizers düftelte ich eine neue Route aus, Mailand, Triest, Zagreb und dann über Belgrad nach Bukarest. In Bern bekam ich ziemlich schnell eine Mitfahrgelegenheit nach Wewey am Genfer See, wo ich abends ankam und mir für viel Geld ein Zimmer in einem teuren Hotel nehmen musste. Am nächsten Tag wurde ich gegen zwölf Uhr, nachdem ich im Speisesaal die vom Frühstück übrig gebliebenen Brötchen und Konfitiuredöschen in eine Papierserviette gewickelt hatte, von einem niederländischen Ehepaar mitgenommen, das mich im dort sehr breiten und dicht bewachten Rohnental nahe Margini absetzte. In Wewey hatte ich mir vor der Weiterfahrt eine Plastikflasche Evian gekauft und ich verließ nun die stark befahrene Straße mit der Absicht, irgendwo am Rohnufer meine Hotelbrötchen zu essen und mit der Lektüre von Die Hauptmannstochter zu beginnen. Ich folgte einem Pfad, der sich zwischen den Bäumen hindurch schlängelte und fand eine rundum von Bäumen und Gebüsch eingerahmte Lichtung, auf der ich es mir gemütlich machte. Ich öffnete ein Marmeladendöschen, bestrich mir ein Brötchen und schlug das Buch auf. Mein Vater Andrei Petrovic Grinjow hatte in seiner Jugend unter dem Grafen Münich gedient und nahm im Jahre 1700 seinen Abschied als Major erster Klasse. Seit jener Zeit lebte er in seinem Dorfe im Gouvernement Sibirsk, wo er dann auch die Jungfrau Avodotya Vassiljevia heiratete, die Tochter eines dortigen armen Edelmannes. Nach wenigen Zeilen fiel ein Klecks Marmelade vom Brötchen auf das Buch, den ich vorsichtig mit dem Finger wegzuwischen versuchte, was natürlich nicht gelang und in einem Fluch, einem ekligen Fleck und klebrigen Fingern resultierte. Als ich die Seite gerade umschlagen wollte, setzte sich plötzlich ein Schmetterling darauf, von einer Größe und einer Farbe, wie ich noch keinen gesehen hatte. Der Schmetterling nahm die gesamte obere Hälfte des Buches ein und war von einem dunklen, aber dennoch transparenten Blau. Die hauchdünnen Flügel zitterten, als spürte der Schmetterlingsgeist die Gefahr, von dem nahen Lebewesen, welches das Buch mit einer simplen Handbewegung zuschlagen und den Schmetterling ein für allemal in einer Erzählung von Puschkin gefangen halten konnte. Der Schmetterling ließ sich die Marmelade schmecken, die die Angst vor mir offenbar hinlänglich kompensierte, und staunend betrachtete ich seinen zarten, feingliedrigen Bau und die Zeichnung auf seinen Flügeln. Da hörte ich einen Zweig knacken, schaute auf und sah zwischen den Stämmen der Bäume einen älteren Mann näher kommen. Er war hochgewachsen und trug eine bräunliche Strickjacke, weite, graue, kurze Hosen, deren Beine oberhalb der Knie endeten, und schwere Wandererschuhe. In der rechten Hand hielt er ein großes Schmetterlingsnetz. Er keuchte, und sein kahler Schädel glänzte vor Schweiß. Auf Englisch flüsterte er mir zu, ich solle mich ja nicht bewegen, schlich mit einer für seine Größe und sein Alter erstaunlichen Eleganz heran und fing mit einer blitzschnellen Bewegung, bei der er mich schmerzlich am Handgelenk traf, die Hauptmannstochter samt dem vergebens aufflatternden Schmetterling. Der Mann lächelte, wandte sich mit seiner Beute von mir ab, als dürfe ich nicht zum Augenzeugen einer solchen Intimität werden, und barg den Schmetterling in einer Dose, die er aus einer Art Knapsack genommen hatte, welchen er auf dem Rücken trug. Dann wandte er sich wieder zu mir um und fragte mich, während er sich mit einem Taschentuch den Schweiß von der Stirn und vom Nacken wischte, ob ich verletzt sei. Ich antwortete, dass es nicht so schlimm sei, woraufhin er auf die Plastikflasche Evian zeigte und fragte, ob er einen Schluck Wasser nehmen dürfe. Ich reichte ihm die Flasche. Er bedankte sich und setzte die Flasche an den Mund. Gierig tanzte sein Adamsapfel unter den dicken Falten seines Halses. Er vergoss etwas Wasser, das ihm an den Mundwinkeln entlang auf die Strickjacke heruntertropfte, unternahm prustend die Flasche vom Mund und beugte sich vor, um die Tropfen von seinem Kinn auf das trockene Moos fallen zu lassen. Mit einem Rücken der linken Hand wischte er sich über die Lippen und gab mir die Flasche zurück. Tut mir leid, dass ich dich bei der Lektüre deines Science-Fiction-Romans so überfallen habe, aber das ist ein... Den lateinischen Namen verstand ich nicht. Den ich unbedingt haben musste, sagte er auf Englisch. Ich kenne mich mit Schmetterling nicht aus, erwiderte ich, aber er war schön. Er ist von der Marmelade angelockt worden, die ich auf meinem russischen Science-Fiction-Roman gekleckert hatte. Die Hauptmannstochter von Pushkin. Er blickte auf den Buch einband und danach mit einem ironischen Lächeln auf mich. Ich schätzte ihn auf etwa 60. Seit wann lesen Hippies Pushkin, fragte er mit kumpelhaftem Spott und ließ sich aufseufzend im Moos nieder. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob Hippies Pushkin lesen. Ich jedenfalls lese Pushkin. Ich sah ihn an und wir grinsten beide. Er hob den Kopf, blinzelte mit zugekniffenen Augen den Himmel über der Lichtung und setzte zu einer heftigen Tirade gegen eine Reihe von Dingen an, die ich, ich war damals Anfang 20, für selbstverständlich hielt. Lange Haare, Popmusik, die Koffer-Radio-Kultur, das Fernsehen, den Massentourismus. Hin und wieder schaute er mich dabei triumphierend an, als wollte er mich herausfordern. Ich widersprach in einem Fort und versuchte dem Schmetterlingsfänger vor Augen zu führen, dass alle von ihm aufgegriffenen Phänomene durchaus verständlich und plausibel seien. Ein paar Mal strich ich mir dabei meine mehr als schulterlangen Haare hinter die Ohren. Dann fragte er mich, wohin ich unterwegs sei, und zu meinem großen Erstaunen, man begegnet in einem Schweizer Wald ja nicht alle Tage einem Schmetterlingsfänger, der Odessa kennt, stellte sich heraus, dass er in Odessa gewesen war, in früher Jugend, noch vor der Revolution. Er schaltete, ohne sich merklich an unseren Meinungsverschiedenheiten gestört zu haben, auf einen entspannten Tonfall um und erzählte von seinen Erinnerungen an diese Stadt. Dann zeigte er auf das Brot und fragte mich, ob ich gerade zum Mittag hatte essen wollen. Ich nickte und bot ihm von dem Brot an, worauf er mich lachend zu einem richtigen Mittagessen in einem Restaurant an der Straße einlud. Rund zweieinhalb Stunden habe ich in der Gesellschaft dieses Mannes verbracht. Er hat alles gelesen, was noch in turmhohen Stapeln auf mich wartete und wartet und füllte alle meine Wissenslücken in puncto russische Schriftsteller mit wunderbaren Anekdoten auf. Manchmal lachte er über seiner gebratenen Ente in Himbeersoße schallend auf vor Spaß an der eigenen Geschichte oder legte sich lautstark mit mir an. Ich erinnere mich noch an die missbilligenden Blicke der steif gekleideten Gäste in dem noblen Restaurant, ob der durch seinen Überschwank verursachten Störung der gedämpften Ordnung. Beim Kaffee schaute er auf seine Armbanduhr und sagte, dass er jetzt weg müsse. Ich könne ruhig noch sitzen bleiben und mir die Profiterols schmecken lassen, die ich bestellt hatte. Ich bedankte mich bei ihm und sagte ihm auf Wiedersehen. Und ich hätte in diesem Zusammenhang wohl kaum mehr als eine allmählich verblassene Anekdote zu erzählen gehabt, wenn ich nicht, nachdem er gegangen war, neben seinem Stuhl vier klein zusammengefaltete, beschriebene Seiten Papier auf dem Teppich entdeckt hätte. Hat er sie beim Bezahlen mit aus der Hosentasche oder seinem Knapsack gezogen? Ich las die vier Seiten. Sie enthielten den schönsten Text, den ich je vor mir gehabt hatte. Schon viele Male habe ich versucht, den Text nachzuerzählen, aber es gelingt mir nicht. Verzweifelt taste ich nach den Nuancen, nach den Glanzlichtern, die mich damals völlig blendeten und die tiefste Sehnsucht in mir entfachten, irgendwann in meinem Leben auch einmal einen solchen Text zu schreiben. Eine Geschichte über die Sehnsucht. Ich verfügte über den schönsten Text, der je geschrieben wurde und hätte mich urfeigen können, dass ich nicht nach dem Namen des Mannes gefragt hatte und eher nicht nach meinem. Zwei Tage später wurde mir in Triest der Rucksack geklaut und ich musste meine Reise nach Odessa und dem Text des Schmetterlingsjägers Ade sagen. Im Jahr nach diesem Sommer las ich zum ersten Mal etwas von Wladimir Nabukov, Lolita, woraufhin ich binnen eines halben Jahres alles verschlank, was ich nur von ihm auftreiben konnte. Ich brachte ihn aber zunächst nicht mit dem unwahrscheinlichen Erlebnis in jenem absurden Sommer in Verbindung, das mir immer unglaubwürdiger und lächerlicher erschien. Wenn ich Freunden erklären wollte, was dieser Text denn nun ausgedrückt hatte, verfiel ich in ohnmächtiges Gestotterer. Er handelte von einem Sommertag, sagte ich dann, von einem Jungen mit Schmetterlingsnetz, der in einem Haus die Treppe herunterkommt und in den Garten hinausgeht. Ist das alles? fragten sie dann. Ja, antwortete ich, das ist alles, dieser Junge an diesem Tag in diesen Worten. 1977 sah ich ein Foto von Nabukov neben der Meldung von seinem Tod. Natürlich hatte ich auch schon früher Bilder von ihm gesehen, aber dieses, auf dem er ein Schmetterlingsnetz in der Hand hielt, schuf einen neuen Bezug. Auf der Stelle schlug eine bange, überwältigende Vermutung bei mir ein. Es war natürlich unmöglich, es war wahnwitzig, es war das gestörte Wunschbild eines Kranken, es war das leere Konstrukt eines Phantasten. Seither laufe ich mit einer fixen Idee herum. Ich habe die schönste Erzählung gelesen, die je ein Mensch geschrieben hat. Aber ich kann sie niemandem zeigen, niemanden nachempfinden lassen. Sie ist in meinem Kopf, flattert dort herum, singt, macht Sturzflüge, kreist wie ein Adler und tanzt wie ein Kolibri. Ich habe den schönsten Text im Kopf, ohne dass ich ihn nacherzählen oder aufschreiben könnte. Ob sich ein Duplikat dieses Textes in Nabukovs Nachlass befindet, ob Vera seine Witwe in je zur Veröffentlichung freigibt, oder gibt es irgendeinen unbekannten, sonderlichen Schmetterlingsfänger, der die Gaben Homers, Shakespeares und Joyce in sich vereint, und wird er seine Schönheit ein für alle Mal mit sich nehmen? Ich habe eine Geschichte im Kopf wie ein Schmetterling in einem Glas und ihre unberührbare Schönheit quält mich.